Ob CSV, DP, LSRP oder die Gring, sie sehen sich alle eins für eine Herbststadt in Tram zu bauen. Wir als ADR sind als Einzigpartei gegen den Tram auf ihre Citytunnel. Denn Tram ist die falsche Antwort auf die Verkehrsprobleme. Hier möchte ich Lützeburg definitiv zu einer autofeindlichen Stadt. Kommt mir stoppen, Wieseler, Bausch & Co. Den 9. Oktober gilt als Stimmen für der ADR als ein Stimmen gegen den Tram. Wählt der ADR!